Wir waren die erste Generation in Celebration. Was gucken die denn da uns an? Was gibt's denn hier zu sehen an uns? Hey, was guckt ihr denn so uns an? Und jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihrem verdammten Disney-Mörder. Als ob das alles wäre, was es von hier zu berichten gibt. Das war doch nur ein Irrer. Ein Beklopter. Von denen gibt es Tausende auf der Welt. Was? Millionen? Jeden Tag läuft irgend so ein Irrer mit einer Pamp dann oben und noch peng, peng, peng. Das ist doch mittlerweile nichts Besonderes mehr. Die Welt ist am Arsch.